Ich bin 1957 in West-Berlin geboren. Mein Vater war Bundesrichter am Bundesverwaltungsgericht. Und das ist ja in den 50er Jahren hier in West-Berlin gegründet worden, auch als Zeichen der Bundespräsenz in West-Berlin. Und ja, 1957 geboren heißt, dass ich beim Bau der Berliner Mauer vier Jahre alt war und in den 60er Jahren meine jüngere Kindheit verbracht habe und durch die Zeitumstände sehr stark geprägt worden bin. Wenn man in West-Berlin gelebt hat zu der Zeit, hat man die politische Situation unmittelbar erlebt. Als Kind teilte sich einem das über die Eltern mit. Und West-Berlin war umschlossen durch die Mauer. Und wenn man nach West-Deutschland fahren wollte, musste man sich peinlichen Grenzkontrollen unterwerfen. Man hat also diese Teilungssituation unmittelbar gespürt und als Kind auch schon empfunden, dass die Russen eine Art von Bedrohung darstellten. Und hinzu kommt, dass ein Teil meiner Familie im Osten lebte und wir mit denen zwar postalisch in Verbindung standen, aber die eben auch nicht sehen konnten, weil sie als West-Berliner mal von wenigen Passierschein-Situationen abgesehen nicht rüberkamen. Und insofern habe ich eigentlich von klein auf mit dieser Teilung gelebt und dann auch in den 70er Jahren das natürlich dann auch politisch bewusster erlebt. Mein Patenonkel und zwei Töchter, die ungefähr in meinem Alter sind, meine Tante und später dann auch die Partner der Cousinen. Das war so ungefähr der Kreis der Personen. Und ich habe eigentlich seit den Verträgen, seit 1972, also da war ich 15, habe ich eigentlich immer wieder versucht, auch die zu besuchen. Und so dass der Kontakt, natürlich, der war nicht jetzt intensiv, man hat dann nicht jeden Monat miteinander kommuniziert. Damals war ja die Kommunikation auch in erster Linie dann, wenn postalisch, brieflich, telefonieren war ja praktisch auch nicht möglich. Man ist dann hin und wieder mal rübergefahren und hat sich gesehen, auch zum Teil größere Abstände, weil jeder natürlich auch sein Leben gelebt hat. Aber es war immer das Bewusstsein da, da gibt es die Verwandten und wir gehören eigentlich zusammen. Zu dem Zeitpunkt war ich ja wieder in Berlin und war dann Richter am Verwaltungsgericht. Und ich habe dieses Jahr 1989, also insbesondere die zweite Hälfte dieses Jahres, im Grunde genommen in einem Zustand fast permanenter Euphorie erlebt. Das fing ja an mit der Grenzöffnung in Ungarn, was im Grunde genommen auch schon fast unvorstellbar war, ein Wechsel in den Verhältnissen. Und man sah dann diese Bilder im Fernsehen und war einfach begeistert. Und selbst da aber fehlte noch sozusagen das Vorstellungsvermögen, was noch alles kommen könnte. Und dann haben wir ja die Entwicklung gesehen. Und ich kann mich erinnern, dass wir eben im Gericht, die Richter zusammensaßen, vormittags beim Kaffee trinken und sich über jeden Tag aufs Neue über die sich quasi dann auch überschlagenden, im Herbst dann auch überschlagenden politischen Ereignisse ausgetauscht haben. Wie gesagt, ich war Richter am Verwaltungsgericht und ich nahm an diesem ganzen Prozess, sagen wir mal, emotional, aber auch intellektuell starken Anteil und hatte eigentlich so das Bedürfnis, da irgendwie ranzukommen, mitzumachen, aktiv zu werden. Und als Richter sind Sie nicht sehr aktiv, sondern Sie entscheiden über Probleme, die andere Leute haben und an Sie herantragen mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Und ich wollte irgendwie da aktiver werden und mit hineinkommen. Und das Erste, was geschah, war, führte mich nicht Richtung Treuern, sondern erst mal auf einen anderen Weg, dass nämlich die Berliner Senatsverwaltung für Justiz jemanden suchte, der die Anträge auf Übernahme von ostdeutschen Richtern und Staatsanwälten in den Justizdienst bearbeitete. Das war nach dem Einigungsvertrag deren Recht, die Übernahme zu beantragen. Aber es war natürlich eine Sache, die nicht so ohne Weiteres geschehen konnte, weil natürlich die Justiz in der DDR auch kompromittiert war. Also wusste man da sehr sorgfältig mit umgehen und musste eine solche Entscheidung sehr sorgfältig vorbereiten. Und im Land Berlin lag die Entscheidung, lag dieser Prozess bei der Justizverwaltung. Und ich war mit einem älteren Kollegen gemeinsam, hatte ich den Auftrag, da eine Taskforce aufzubauen und die Personalakten zusammenzuziehen, soweit sie nicht komplett verschwunden oder gesäubert waren und auch die Gerichtsakten durchzusehen auf politische Urteile und Entscheidungen. Und um eben irgendwas in die Hand zu bekommen, um über diese Anträge zu entscheiden. Denn es ging immer darum, die, sagen wir mal, Akzeptanz der Justiz in der Bevölkerung, gerade auch bei der Bevölkerung in den Ostteilen, nicht zu gefährden. Wir wollten ja Vertrauen in rechtsstaatliche Justiz. Und dazu musste man eben über diese Anträge sehr sorgfältig entscheiden. Und das habe ich gemacht. Ich hatte schon zu Beginn, als ich dorthin abgeordnet wurde, eigentlich den Wunsch gehabt, zur Teuern zu kommen. Also in dieses, sagen wir mal, Privatisierungsgeschehen, weil mich die wirtschaftlichen Themen auch sehr interessierten. Und hatte dann von der Justizverwaltung die Zusage, wenn ich das ein halbes Jahr mache, Taskforce, dann kann ich danach, wenn die mich beurlauben, und dann kann ich zur Treuhand. Und so ist es auch dann gekommen. Ich bin dann im April 91 zur Treuhand gegangen. Das war zwei Wochen nach der Ermordung von Rohwedder. Also ein Monat der Zäsur, April 91. Ich hatte schon vorher Rohwedder mal erlebt, bei einer Diskussionsveranstaltung. Und hatte auch schon als Richter mit dem ersten Verwaltungsrechtsverfahren, was um Privatisierungsvorgänge sich drehte, da ging es um die Zuckerindustrie, hatte ich schon als Richter kurz zu tun gehabt, bevor ich dann in die Justizverwaltung ging. Also ich hatte mich mit diesen Treuhandthemen schon beschäftigt, auch natürlich als Zeitungleser. und bin dann eben 91 dort angefangen und habe dort im Rechtsbereich angefangen und war da so eine Art Stabsreferent des Leiters der Rechtsabteilung. Der Rechtsbereich wuchs auch, war eine relativ große Einheit und habe also da als Stabsreferent eben auch, so mal mehr querschnittswesig, alle möglichen Themen kennengelernt, mit denen sich die Rechtsabteilung in diesen Wochen beschäftigen musste. Ja. Ich war da etwas über ein Jahr, war ich Angehöriger des Rechtsbereichs. Ich habe aber schon Ende 91, also nach einem Dreivierteljahr ungefähr, einen Wechsel vollzogen mehr in den Privatisierungsbereich, im Bereich der Chemie. Das fing an mit dem sogenannten Leunaminol-Vertrag, was einer der bekannten Privatisierungsvorgänge dort war. Und die Privatisierung des Leunaminol-Raffineriebetriebs und der Minol lag in den Händen des damaligen Treuhandvorstands Klaus Schucht. Der war zuständig für Chemie, Bergbau, Energiewirtschaft. Und es gab das Kanzlerwort, Helmut Kohl hatte im Mai 1991 bei einem Besuch im Chemiedreieck versprochen, das Chemiedreieck zu erhalten. Und auf dieser Arbeitsgrundlage ging es jetzt darum, diese schwierige, herausfordernde Privatisierung der Chemiebetriebe in Angriff zu nehmen. Und Leunaminol war der erste große, es gab schon andere, aber das war eine sehr spektakuläre große Privatisierung. Und Schucht bildete dafür eine Art Projektgruppe. Wir würden heute da von Projektarbeit sprechen. Und die bestand eben aus internen Leuten und einer Investmentbank, Goldman Sachs und einer großen Anwaltskanzlei. Daraus wurde so ein Team geformt. Und ich war eben zunächst mal der Vertreter der Rechtsabteilung in diesem Team. Und ich bin deswegen praktisch ab Januar 1992 dann im Bereich Privatisierung Chemie tätig gewesen, im engeren Umfeld von Klaus Schucht. Und habe mich also immer mehr aus den, sagen wir mal, Aufgaben, typischen Aufgaben des Rechtsbereichs gelöst. Und habe dann eben, sagen wir mal, die juristische Seite in der Leunaminol-Privatisierung vertreten und in ein paar anderen Vorgängen, die da im Bereich Schucht anlagen. Und daraus resultierte dann, dass ich irgendwann im Frühsommer, glaube ich, 1992, dann Abteilungsseiter Großchemie wurde. Und da vor allen Dingen für den Bereich, für ehemaliges Kombinat Leuner insgesamt, dann verantwortlich war. Was aber eigentlich an meiner Arbeitsweise, Arbeitssituation, nichts Wesentliches geändert hat, weil es immer noch diese Projektgruppenartige Zusammenarbeit unter der Ägide von Schucht war, in der ich jetzt halt mit einer anderen Schulterklappe und einer anderen Direktoratszugehörigkeit und so weiter dann mitgewirkt habe. Wärmeanlagenbau ist insofern ein interessantes Stichwort, als dass ein Fall war, wo eine Firma komplett ausgeplündert worden ist von den Erwerbern. Das spielt aber schon 1990, 1991, es war eine ganz frühe Privatisierung, Wärmeanlagenbau hier in Berlin. Und das haben irgendwelche Leute gekauft, die dann die Firma relativ schnell runtergefahren haben und Grundstücksgeschäfte gemacht haben. Und damit hatte ich insofern zu tun, als die Rechtsabteilung, in der ich damals noch war, jetzt natürlich vor allen Dingen die Aufgabe hatte, dazu beizutragen, dass sowas in Zukunft nicht mehr möglich war. Und die Treuern hat eben auch, hat eben ständig im Grunde genommen aus Fehlern gelernt, der Prinzip Trial and Error. Man kannte die Situation, man wusste ja nicht, es gab kein Vorbild für die Treuern. Alles war neu, alle Prozesse wurden neu aufgesetzt und ständig lernte man aus Fehlern, weil eben Sachen noch unvollkommen waren. Auch durch die hohe Geschwindigkeit passierten natürlich auch Fehler. Und zu den frühen Fehlern gehörte eben sowas wie bei Wärmeanlagenbau, wo man sich nicht genügend geschützt hatte gegen die Aushöhlung. Und deswegen war jetzt das Ansinnen, die Privatisierungsverträge so zu konstruieren, dass die Investoren eben sich verpflichteten, bestimmte Summen zu investieren, bestimmte Arbeitsplätze für eine bestimmte Zahl von Jahren zu erhalten und auch Vertragsstrafen zu zahlen hatten, wenn sie ihren Versprechen nicht gerecht wurden. Na ja, also ich denke mal, sie konnten dem gar nicht entgehen. Also die Situation war so stark eben politisch, dass immer klar war, hier geht es um Arbeitsplätze. Ja, und ich meine, der Auftrag der Treuenanstalt war ja nicht, sagen wir mal, möglichst viel Geld für den Fiskus zu verdienen oder möglichst wenig auszugeben oder so, sondern der Auftrag war, wettbewerbsfähige Unternehmen zu schaffen durch Privatisierung und dadurch Arbeitsplätze zu erhalten. Und die Fragen, also die, mit denen man sich auseinandersetzen mussten, waren eben häufig Fragen, die tatsächlich darauf hinausliefen, wie viele Arbeitsplätze erhalten werden konnten. Und zwar sowohl in der Privatisierung als auch später im Vertragsmanagement, wenn die Unternehmen notleidend wurden und dann nochmal damit konfrontiert wurde. Ja, und also ich denke mal, auch die, also inwieweit ist man persönlich mit solchen Dingen konfrontiert worden? Natürlich in der Natur der Sache lag es, dass ich in erster Linie über die Vermittler sozusagen, also Betriebsräte oder Gewerkschafter oder auch unter Umständen Politiker damit konfrontiert worden bin mit den Konsequenzen. In der eigenen Familie habe ich aber natürlich auch erlebt, bei meinen Verwandten, da hat auch der Onkel seinen Arbeitsplatz, der wurde relativ schnell abgewickelt und die anderen, die Cousinen und ihre Männer mussten sich zum Teil neue Arbeit suchen, waren zeitweise arbeitslos, einer wurde selbstständig und so weiter. Also das heißt, diese Umwälzungen, was die für Menschen auch bedeuten können, das war einem schon klar, aber sagen wir mal, es war im Grunde genommen unvermeidlich, dass dieser Umbau, dieser grundlegende Umbau der Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft, dass der auch damit verbunden sein würde, dass viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Und gleichzeitig hat sich ja auch der Staat bemüht, zumindest dieses persönlich schwere Schicksal sozial abzufedern, über Beschäftigungsgesellschaften und so weiter. Das ist ja ein Konzept, was damals auch bei der Treuhand entwickelt wurde und was eben auch im Zusammenwirken mit den Gewerkschaften. Für mich war diese Zäsur, der Schilderwechsel von der Treuhand zur BVS war keine Zäsur. Also in meinem Aufgabengebiet hat sich praktisch nichts verändert. Von der Aufgabenstellung her, die Rahmenbedingungen haben sich verändert, weil man, weil die Treuhand natürlich, es gab keinen Vorstand mehr, sondern, also es gab schon noch, damals gab es noch einen Vorstand, aber der Vorstand veränderte sich mit einem Präsidenten, ein neuer Präsidenten, kleinerer Vorstand. Das Bundesfinanzministerium hat gesagt, wir machen jetzt stärker Aufsicht. Und insofern haben sich so ein bisschen Rahmenbedingungen verändert. Aber was jetzt meine Aufgaben anging im Bereich insbesondere der Chemie und des Vertragsmanagements allgemein, waren die Aufgaben ja keineswegs erledigt, sondern wir waren da noch voll beschäftigt und haben weitergearbeitet. Und im Bereich der Chemie waren eben viele Unternehmen oder Unternehmensteile noch lange nicht privatisiert, sondern da standen noch jahrelange Verhandlungen und auch Herausforderungen bevor. Also insofern, aus meiner Wahrnehmung, in den Niederlassungen war das etwas anders. Bei den, in der Fläche, ja, die Niederlassungen, die ja tendenziell kleinere, volkseigene Betriebe zu privatisieren hatten, die waren allerdings nach und nach fertig geworden. Und da in der Fläche konnte sich die Treuhandanstalt zurückziehen. Aber im großen Maßstab gab es nach wie vor viele Aufgaben, die dann von der BVS wahrzunehmen waren. Was ist das für die Treuhandanstalt für die Treuhandanstalt für die Treuhandanstalt für die Treuhandanstalt für die Treuhandanstalt? Also erstmal zu meiner persönlichen Situation. Ich glaube, das ist schon deutlich geworden, dass ich die Tätigkeit für die Treuhand und auch die BVS als eine ganz große persönliche Bereicherung empfunden habe. Und ja, also dass ich da glaube, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich auch weitergebracht. Das ist eine sehr persönliche Sicht. Was die Wirkung der Treuhandanstalt und der BVS angeht, oder überhaupt der Weg, den Deutschland dort eingeschlagen hat, um mit der Transformation von der sozialistischen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft umzugehen, war glaube ich auch jetzt 30 Jahre lang im Rückblick und immer wieder auch überlegt man, also wird man mit dieser Frage ja konfrontiert. Auch heute würde ich sagen, das war der richtige Weg. Der Staat ist kein guter Unternehmer. Der Staat kann erst recht nicht 8.500 ehemalige volkseigene Betriebe oder nach Restrukturierung vielleicht über 14.000 volkseigene Betriebe managen. Das geht nicht. Der Berliner Flughafen zeigt, wohin das führt, wenn der Staat Unternehmer ist. Und in der Breite mit Tausenden von Unternehmen hätte man nicht vernünftig umgehen können. Da brauchte es private Initiative, privates Unternehmertum, was die Geschicke von so einer Firma in die Hand nimmt. Wo irgendeiner ist, der selbst motiviert ist und nicht irgendeiner durch eine staatliche Bürokratie gelenkt wird und dieses Unternehmen nach vorne bringt. Da hat es ganz viele Persönlichkeiten gegeben, mit einem entweder westdeutschen oder ostdeutschen Hintergrund oder auch gemischte Management-Teams, die diese Firmen vorangebracht haben. Und das hätte der Staat so nicht geschafft, sondern wenn man die Unternehmen länger in staatlicher Hand behalten hätte, hätte das sehr viel mehr Geld gekostet und hätte die Anpassung der Unternehmen an den Markt viel länger gedauert und viel mehr Unternehmen wären am Ende gescheitert, weil diese Anpassung nicht im Rahmen einer staatlichen Bürokratie hätte wirklich vorangetrieben können mit einer ähnlichen Kreativität und unternehmerischen Schlagkraft wie in einem privatisierten Unternehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017